CFD Planet. Alles getrug. Keine Firma in Genf. Alles ist Lüge. Ihr Geld ist weg. Erstmal jedenfalls. Die wichtigste Frage, die Sie haben. Gibt es denn überhaupt irgendeine Chance, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen können? Ja, Gott sei Dank. Die Chancen sind deutlich besser, als Sie sich das vorstellen können. Aber wie das geht mit dem Geld zurückholen, das erkläre ich Ihnen im Schluss dieses Videos. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Hallo, ich bin Anwalt Jochen Resch. Thema CFD Planet. Der wird also getradet. Alles ist China. Der wird nicht getradet. Das Geld ist gleich in den Taschen der Wüge. Alles weg. Was können Sie tun? Sollte man zur Polizei gehen? Ja, man sollte. Man sollte sich aber auch dabei am Klaren sein, dass eine Strafanzeige kein Geld bringt. Eine Strafanzeige dient der bestrafenden Täter. Soll ja auch so sein. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Und das mit gutem Erfolg. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg. Geld ist nur woanders. Wir können das heute ergänzen. Mit den richtigen Werkzeugen. Und das ist Raketen-Dich-Nüten. Können wir die Spur des Geldes verfolgen. Wie das geht, will ich Ihnen gerne verraten. Rufen Sie mich einfach an unter 03088-59770 oder besser gehen Sie mal auf unsere Webseite. Lesen Sie den Artikel dazu. Wir bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung ausfallen. Zunächst prüfen wir, ob wir Ihnen überhaupt helfen können. Wenn es keine hinreichende Erfolgsaussichten gibt, dann bekommen Sie eine Absage. Eine negative Einschätzung. Wenn es hinreichende Erfolgsaussichten gibt, sagen wir Ihnen konkret, was wir machen und was es kosten wird. Auf den Cent genommen. Und mit dieser kostenlose Einschätzung bekommen Sie alle Informationen. Sie kennen alle Fakten. Und deshalb sind Sie in der Lage, die für Sie persönlich richtige Entscheidung zu treffen. Warum Sie Ihr Geld zurückzahlen wollen. Warum Sie sich das nicht gefallen lassen wollen. Das wissen Sie doch selber am besten. Wir geben Informationen, damit Sie sich entscheiden können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.